Hallo Mädels, heute zeige ich euch ein kleines Video wie ihr gewünscht habt und zwar ich nenne sie einfach mal Ziehtechnik. Ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes sucht ihr euch ein paar Farbgele eurer Wahl aus und tragt dies in Strichelform auf den Tipp. Am besten funktioniert der Effekt, indem ihr einmal das Haftgel aufgetragen habt und die Schwitzschicht mit einer trockenen Sellette entfernt habt. Ihr tragt jetzt ein belebiges Muster in Strichelform mit den verschiedenen Farbgellen auf und härtet dies nicht aus. Sohn Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt nehmt ihr euch einen Pinsel eurer Wahl und streicht ganz zart über den Tipp, beispielsweise Nagel, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Zwischendurch mache ich den Pinsel noch einmal sauber. Bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt mein Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.